Wo waren wir stehen geblieben? Bei tvOS, richtig. Wir probieren mal gleich was Lustiges aus und zwar, sie haben ja erstmalig seit immer iTunes ein bisschen zurecht gestutzt auf dem Mac und haben dort den App Store aus iTunes entfernt. Und was ja eigentlich sich anhört wie eine gute Idee, tatsächlich aber für einige Entwickler eine Katastrophe ist. Wir probieren das mal eben aus. Habt ihr schon was dazu gehört? Ich muss hier kurz was vorbereiten. Wozu? Was ist die Konsequenz aus? iTunes hat keinen App Store mehr. Naja, die Konsequenz ist, dass du deine gekauften Apps jetzt über den App Store auf iOS direkt lädst. Du kannst immer noch, also in der jetzigen Version, was ist das? 12.7 glaube ich. Du kannst immer noch IPA-Dateien in die Seitenleiste ziehen mit einem angeschlossenen iPhone. Wenn du noch welche hast. Wenn du noch welche hast, ja. Die liegen ja auch einfach rum. Also die liegen ja in dem iTunes-Ordner einfach noch rum. Die sind nur im iTunes in der Oberfläche nicht mehr da. Nicht mehr sichtbar, ja. Was auch absurd eigentlich ist, weil die sind ja oft ungefähr so 100 Gigabyte groß. Ja, richtig, richtig. Und es ist ja gut, dass die nicht automatisch gelöscht werden, aber auf der anderen Seite so ein kleiner Hinweis. So hier, willst du die 100 Gigabyte nicht mal? Okay, pass mal auf, ich habe einen Link gefunden. Wir klicken jetzt mal auf einer Webseite unseres Vertrauens, lesen wir über eine neue fantastische App, sind auf unserem Mac und klicken jetzt hier auf einen ... Auf was für einem Gerät sind wir? Auf einem Mac sind wir. Was für ein Gerät? Mac. Was ist das? Das ist so ein Gerät für Profis. Achso. Da setzt man sich davor und arbeitet und verdient Geld. Hm, okay. Das sollte euch allen bekannt vorkommen. Ich weiß auch nicht. Dann hackt man da rein und Leute lesen das und dann ... Ich klicke mal hier auf Laden. Ja. Was passiert? Jetzt gehst du sozusagen an iOS-Gerät. iTunes Preview geht im Browser auf. Opening the iTunes Store. Wir gehen nach iTunes. iTunes lädt eine leere Seite und schickt uns zurück zu Safari. Das ist super, eigentlich geil. Und die Seite schickt uns dann zu iTunes und dann zurück zum Safari. Ja, das ist gut. Und dann passiert nichts mehr. Außer du benutzt einen anderen Browser. Wenn du jetzt zum Beispiel Firefox hast, dann geht das so lange weiter, bis das Ende der Zeit erreicht ist. Ja, das ist sehr ... Ah, den kann ich noch nicht. ... suboptimal. Okay, pass auf, geht weiter. Wir klicken mal mehr von diesem Entwickler im Browser an. Ja. Okay, dann kommen wir auf eine iTunes Preview-Seite im Browser, wo die Apps dieses Entwicklers angezeigt werden. Jetzt klicken wir hier auf diesen blauen Bubble-Button, den es seit vielen Jahren nicht mehr im Apple CI eigentlich gibt. Klicken hier auf View in iTunes und dann geht diese Seite wo auf? Ich klicke zweimal, dreimal, ich klicke nochmal, sanft. Dann geht sie in iTunes auf und wir sind jetzt ... Was? Oh, wow. Was? Wir sind jetzt in iTunes auf dieser Seite von dem Entwickler und sehen dort alle diese Apps. Jetzt sind wir in so endgültig in Parallelwelt angekommen. Die flasht jetzt auch so, weil sie sich die ganze Zeit selbst neu lädt. Ich weiß nicht, was da los ist. So, und jetzt, wenn du jetzt ... Applaus. Was passiert jetzt, möchtet ihr raten? Ich klicke jetzt gleich auf die YouTube-App. Was passiert? Das kann auch niemand mehr erraten. Also, das ist ja alles ein solcher Unsinn. Zurück in Browser. Zurück in Browser. Ja. Und dann wieder zurück in iTunes. Zurück in Browser. Und da ist Schluss. Ah, immerhin wieder, immerhin nicht nochmal zurück in ... Okay, aber wir können jetzt noch was ausprobieren. Wenn ihr jetzt auf diese Seite guckt, im iTunes, im App Store, den es nicht mehr gibt, ist jetzt links oben ein Wort, da steht App Store, da ist es unterstrichen. Wenn man hier drauf klickt, wohin kommt man dann? Browser? Was ist für mich Zeit? In iTunes. Angst, Angst. Wir klicken hier mal drauf. Wir kommen in den App Store. In iTunes. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Was, was? Und wenn wir jetzt hier auf eine App klicken, dann kommen wir im Browser. Was du nicht machen kannst, ist, diese App irgendwo dort laden. Oh mein Gott. Ja gut, das ist großer Schrecken. Oh mein Gott. Und das Problem ist jetzt halt, manch ein Entwickler und manch eine Website, die gerne auf Apps linkt, hat durchaus noch Kundschaft auf dem Desktop und ist darauf angewiesen, dass Leute das Ding auf dem Desktop über Google finden, dort reinhacken und dann ist da Sackgasse. Dieser Sale, der passiert nicht mehr. Nee. Also diese, dieser Weg, eine Conversion zu erzeugen. Du schaltest vielleicht Desktop-Werbung bei Google, du hast irgendwie irgendeine Art von Desktop-Kunden, die für dich wichtig sind. Vielleicht hast du eine Mac-App, die eine Companion iOS-App hat. Und dann bist du da einfach total gescrewt, da geht's nicht weiter, da ist Schluss. Und ich frage mich halt, ist das jetzt hier, ist das 12.7 zu früh rausgekommen? Haben sie eine Lösung für das Problem, dass du halt aus dieser iTunes-Preview-Seite irgendwie, dass hier ein Button hinkommt, diese App auf mein iPhone schicken? Das wäre halt das. Das könnte ja durchaus, es sollte ja machbar sein. Das ist das, was Google seit sieben Jahren macht. Seit hundert Jahren. Es gibt aber auch diese, diese, dieses ist ja eine, 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 weißt du, Schichten und Schichten von alten Kram, der da rumgammelt. Ich habe hier zum Beispiel bei Bits und so so einen Promo-Link zum iTunes-App-Store. Wollt ihr wissen, wo der hingeht? Der geht auf eine Seite, die sieht so aus. Da ist so eine Liste von Kategorien vom App-Store. Das ist alles falsch, das ist alles kaputt. Dann lädt er die Seite und ist wieder im App-Store, den es nicht mehr gibt. Also das ist alles ziemlich, äh, ziemlich kaputt. Und ich meine, wir hatten ja schon mal diese, dieses Zurückschrauben der Provision für die Affiliate-Links, was einige böse erwischt hat. Und jetzt haben wir halt hier auch der neue App-Store, dass sie den angefasst haben auf dem iPhone und dass der jetzt diese schöne, gefeaturedte, redaktionell bearbeitete Liste hat, ist ja ganz hübsch. Aber dadurch fallen halt Apps so ein bisschen, die vielleicht auch ansonsten irgendwo durch die Charts besser erreichbar waren, ähm, verlieren Sichtbarkeit. Was schon jetzt vorher schlimm war und jetzt ist es für manche noch schlimmer. Naja. Also ich meine, Apple wird die Statistiken ja haben. Wie viele Einkäufe passieren, wie viele Anfragen passieren. Nicht viele. Und deswegen trauen sie sich, das rauszuschmeißen. Ich weiß nicht. Aber ich glaube, man kann wirklich festhalten, das werden nicht viele sein. Es ist halt eine besonders, ich meine, es ist halt eine richtig, es ist so eine alteingesessene Gruppe an Leuten, die halt ernsthaft mit, die ernsthaft ihre Apps verwalten wollen, die die vielleicht in iTunes backupen wollen und, äh, und da vielleicht, also du hast eine sehr ernsthafte Gruppe an Leuten, die du da verbrällst, aber es ist definitiv eine extrem kleine Gruppe. Ich glaube, das ist, also überhaupt Leute, die ihr iPhone mit iTunes verbinden. Das ist eine einzige Gruppe, die wahrscheinlich da noch verblieben ist. Und auf der anderen Seite, du hast ja, ich meine, das ist ja, das soll das ja gar nicht abwerten, weil ich meine, nach wie vor, also lokale Backups mit iTunes ist eigentlich immer, immer ein sinnvoller Schritt, ähm, das zu tun. Zum Beispiel auch jetzt vor iOS 11, ähm, sich da einfach mal ein lokales Backup zu ziehen. Also das sind alles, das, 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 iTunes hat durchaus essentielle Funktionen noch, aber es wird halt wahrscheinlich wirklich kaum mehr genutzt. Wenn, wenn ich dieses blöde iTunes wäre, also ich meine, gut, wahrscheinlich geht das einher, dass die, ähm, dass die Leute gar nicht mehr das Telefon an den Mac anschließen, weil dann passiert ja normalerweise, dass iTunes aufspringt, oder? Also das war in der Vergangenheit immer so. Ähm, man kann das ja unterdrücken, meines Erachtens. Ja, ja, man kann das unterdrücken, aber ich glaube, die Standereinstellung war bislang immer, dass iTunes aufgeht. Aber wahrscheinlich machen das die Leute gar nicht mehr, dass sie das Kabel vom Rechner zum iPhone führen. Du musst es ja nicht mal, also was ich ab und zu mal gemacht habe, ist, wenn ich auf dem Desktop über einen Link gestolpert bin, habe ich die App trotzdem in iTunes gekauft, damit sie automatisch auf meinem iPhone rausfällt. Das ging ja, das war ja nett, das hat ja funktioniert. Oder selbst wenn du die Option deaktiviert hattest, dann konntest du die App ja auf dem, auf dem Desktop klicken, sie hat runtergeladen und dann hast du sie in deinen Käufen auf dem iPhone und es schnell wiedergefunden. Aber jetzt dieses, dieses, äh, diese Sackgasse ist furchtbar, ja, weil so, wenn du jetzt irgendwie eine Marketingseite hast für deine App, wo linkst du die Leute dann hin? So, ins Nirgendwo. Ich, ich glaube aber die, die Zielgruppe derer, für die das ein echtes Problem ist, die ist sehr klein. Die ist sehr klein, aber für die Entwickler, die da betroffen sind, ist das halt, weiß nicht, die Hälfte des Umsatzes, die weg ist, sagen sie. Aha, das ist ein Skandal. Ja, das ist nicht so gut. Aber, aber das muss man auch sagen, also ich meine, oder was, was, es war halt absehbar, äh, ohne das wertend, äh, zu meinen. Es war halt absehbar, dass das, dass das knallt, also, oder zumindest auch iTunes rausfliegt. Ähm, ich hätte halt nicht gedacht, das haben wir im letzten Jahr auch schon gesagt, glaube ich, dass die mit dem Upstore, mit dem Größten mehr oder weniger anfangen und die Klingeltöne sind ja auch so ein bisschen, ähm, mit rausgeschoben worden gleichzeitig und nicht ein, ein Alternativangebot für den Rechner anbieten, aber ich glaube, es ist einfach so niedrig in den, ähm, äh, Prioritäten im Moment, dass du keinen Upstore separat auf dem Mac erwarten kannst. Also ich glaube, das ist wirklich, äh, das wäre sicherlich nett, aber, äh, und man könnte da sicherlich einige Sachen machen, die, ähm, die toll wären, also gerade diese Backup-Funktionen, ich meine, die hatten mal WiFi syncing, hatten sie mal drin und, und all diese Späße, aber ich glaube, das ist einfach keine Priorität. Nö, ganz bestimmt nicht, aber es ist halt, dadurch wird, potenziell ist halt dadurch, nicht, die, die, oder die Wichtigkeit der redaktionellen Features auf iOS ist halt dadurch noch größer, weil du halt nicht mehr einfach zu den Kategorielisten hinkommst. Die Kategorielisten im iOS Appstore sind halt jetzt hinter mehrere Ebenen von Klicks versteckt. Und du siehst von den Charts irgendwie noch die Top 3. Wenn du hinter den Top 3 bist, vergiss es, sieht dich keiner mehr. Ja, es ist halt, wird, wird, wird halt Candy Crush höher gepusht und deine, äh, lustige PDF-Bearbeitungs-App nach unten. Ja, nee, aber ich meine, die Charts sind ja jetzt getrennt, also ich, diese, diese Problematik hast du ja nicht mehr und du hast ja auch die umsatzstärksten Charts nicht mehr drin. Also Candy Crush ist eigentlich, für Candy Crush sieht's eigentlich nicht so gut aus mit iOS 11 im Appstore, würde ich mal sagen. Also ich meine, das, die haben ihr eigenes System wahrscheinlich, um da neue Nutzer noch anzuziehen und die, die zu melken, die sowieso da schon drin stecken. Aber, ähm, also Apple hat da schon sehr stark gegengesteuert, weil. Meinst du, das tut, das, das tut so einer, so einer In-App, äh, Schlumpfbärenbude irgendwas? Das weiß ich nicht, auch wahrscheinlich unter dem Strich vielleicht nicht so viel, aber dass die umsatzstärksten Apps als Charts nicht mehr existieren im, im Appstore auf iPhone und iPad ist schon ein krasser, krasse Änderung. Du hast immer noch, du hast immer noch diese, also wenn du jetzt hier in den aktuellen Appstore reinschaust, dann haben wir doch hier eine Liste von, wenn du auf Apps gehst, dann hast du dort die Liste top bezahlt irgendwo und da hast du erstmal nur die Top, die die gehen, dann geht's erstmal nicht weiter. Dann musst du dort reinschauen und dann sagt er, oh, ich kann gerade nicht mit dir sprechen, weil, äh, only Apple geht gerade nicht, ist kaputt. Egal. Ich bin gespannt, was das, ob das eine Auswirkung, eine sichtbare Auswirkung hat auf welche, also welche Apps kommen da, werden gefeatured, sind erfolgreich dadurch, machen Umsatz, können sich halten. Und ob das halt diesem, diesem Kritikpunkt irgendwie entgegentritt, das ist keine... Pro-Apps gibt, auch auf dem iPad, ne, dort noch viel stärker. Ja, wenn du dort keine, keine, keine vernünftigen Apps hast, dann schwierig. Man muss ihnen halt zugutehalten, dass sie halt redaktionell jetzt sehr viel machen wollen. Und ich meine, bislang, das ist ja vor zwei, drei Wochen angelaufen, dass sie da täglich jetzt neue Sachen vorstellen. Und das ist schon bedeutend schöner und hübscher als, als iTunes jemals war. Als irgendwas in iTunes jemals war. Nicht so schwierig, aber... Low bar, gell, wieder mal. Und, und, und halt auch solche Geschichten, die du, ja, keine Ahnung, also wo du merkst, dass da irgendwie richtige Leute hinter sitzen, da werden halt irgendwie, keine Ahnung, wird halt irgendwie Indie-Schreibsoftware-Programme vorgestellt, ja. Und nicht halt irgendwie das Office beispielsweise. Also, klar. Also, ja, aber trotzdem ist ja das, das, wie sagt man, der Scope, der, der, was, was die überhaupt erfassen können und so weiter, ist natürlich trotzdem sehr, sehr klein. Also, so groß kannst du keine Redaktion machen, dass du da alles fair abdeckst und so weiter. Aber ich meine, der, der prinzipielle Schritt, das aus iTunes rauszuwerfen, war, glaube ich, einfach, das findet eh alles auf iOS statt und, ähm, äh, und iTunes muss einfach irgendwie, muss wahrscheinlich dünner werden. Schauen wir mal, was da passiert. Ähm.